Und hier auch der perfekte Vergleich zwischen der Akrapovic Abgasanlage und der EgoX Abgasanlage. Preis-Leistungsmäßig wird sich die EgoX ja sowieso mehr lohnen. Gut, also die Akrapovic Abgasanlage ist im Stand auch offen im Sport Plus Modus. Bei der EgoX Abgasanlage ist es ja so, dass sie im Stand immer zu ist. Erst wenn ihr rollt, wenn ihr losfahrt, dann geht die Klappe auf. Finde ich ein bisschen besser. Natürlich könnt ihr da nicht im Stand einen Soundcheck geben oder so. Aber, ja, dann kann euch die Polizei auch nichts oder so in der Polizeikontrolle, weil die Klappe auf jeden Fall zu ist. Gut, ich würde sagen, wir geben uns einfach mal das Video. Kaltstart. Was steht hier? BMW M1 40. Okay, okay. Also rechts ist manuell, links ist Automatik. Äh, ja. Okay, okay. Musik Okay, also hier Komfortmodus, Akrapovic, Klappisch, Offen, Fragezeichen, also vielleicht wissen die selber nicht, ob es offen oder zu ist. Ah ja, dann hätten wir schon den Unterschied, also Komfortmodus bei der Elgo X, Abgasanlage ist auf jeden Fall geschlossen, ist eindeutig leiser. Ah, okay. Also Akrapovic, Klappisch, Offen, wieder der Linke, hört sich schon mal echt gut an. Ja, und hier wie gesagt, also EcoX, Abgasanlage, Sportmodus, Klappisch, Offen, sobald er fährt. Deswegen muss er jetzt ein bisschen zurück und dann nach vorne. Und jetzt habt ihr es gehört? Jetzt habt ihr es gehört, sobald er steht, geht die Klappe zu. Aber der Sound war auf jeden Fall geil. Okay, wie geil. Auch geil. Okay, jetzt noch hier irgendwelche Informationen zu seinen Felgen. Gut, das war es vom Video auf jeden Fall. Ähm, feiere ich. Persönlich finde ich auf jeden Fall die Ego X, Abgasanlage besser. Ähm, Akrapovic ist einfach viel zu, viel zu teuer und, ja, steht in keinem Verhältnis dann zu der Ego X, Abgasanlage. Aber in diesem Sinne, das muss auf jeden Fall jeder selber wissen. Und dann bis zum nächsten Video.